Hallo, aus Civita Vecchia, quasi das Tor zu Rom. Ja, wir gehen jetzt auf den letzten Landgang dieser Reise leider schon und zwar werden wir auch nach Rom fahren von hier aus. Wir nehmen den Zug. Das ist zwar eine etwas weite Reise, so gesehen, also knapp eine Stunde ist man da nochmal extra unterwegs, beziehungsweise noch ein bisschen länger, muss ja auch eben noch zum Bahnhof. Aber Rom lohnt sich halt immer. Ja, und dann mal schauen, was wir da in der doch relativ leider kurzen Zeit schaffen. Wir waren ja schon mal mit dem Kreuzwirtschaft hier in Civita Vecchia, da hatten wir aber eine etwas längere und bessere Liegezeit. Heute ist es noch ein bisschen knapper, dennoch wollen wir auf jeden Fall dieses Highlight mitnehmen, weil Rom ist einfach immer ein Highlight. Ja, und da nehme ich euch natürlich wieder mit. Ja, und da nehmen wir auf jeden Fall. 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 Bis zum nächsten Mal.